So, wir sind wieder in derselben Kampfsituation wie eben. Lydia ist da unten, sich mit jemandem prügeln und ich werde dir... Holy shit, das ist der Anführer, dem ich gerade voll vor die Birne gekloppt habe. Solange er sich auf Lydia konzentriert, kann es mir eigentlich egal sein. Lydia hat noch recht gute Energie. Ein bisschen vom Kopf geknüppelt. Solange er mich nicht knüppelt, ist mir das alles egal. Sei mal ein bisschen benommen, danke. Das reicht schon. So, jetzt habe ich die schön sortierten Gegenstände hier alle runtergeschmissen. Ich denke mal, die sind erstmal zweitrangig für uns. Ich möchte ihn erstmal durchplündern. Orkischer Dolch, Schrott, Schrott. Er hat die mal mit den Eisensachen, dass die mal alles... Also es gibt Mods dafür, aber ich meine, wenn man im normalen Spiel denen ihre ganzen Eisensachen wieder einschmelzen könnte, das wäre so genial, das wäre so wunderbar. Aber sowas klappt leider nicht. So, Spitzhacke beistältig. Ich komme mir doof vor, an einem Ort alles zu durchsuchen, wo ich schon mal alles durchsucht habe. Ich habe die Eisenerze da gesehen. Licht. Hier war irgendwo so ein kleiner Hocker. Ich wollte gucken, ob hier wieder jemand ist. Wo anscheinend finde ich erstens den Hocker nicht und zweitens ist hier wohl niemand. Ne, der ist schon weg. Naja, dann wohl diesmal nicht. Jetzt ist die Frage, wollen wir nicht einfach auf der Seite der Klippe weiterlaufen? Machen wir mal, weil auf der Seite der Klippe sind wir noch nicht lang gelaufen. Das heißt, wir sehen mal ein bisschen was Neues. Ich mache hier mal ein Quicksale, nachdem wir das hier geschafft haben. Wunderbar. Heute ist da ziemlich dunkler Himmel in Skyrim, muss man sagen. So, komme ich da hoch? Nein, schade. Apropos dunkler Himmel. Das erinnert mich an die Nachtausflüge in Stalker-Code of Pripyat. Bevor ihr mich wieder nervt. Sorry, dass ich es so sage, aber wirklich nervt. Ich habe auch gerade mal mit Absicht mit Ehe abgeerntet. Ich habe auch hinten die Erzahler vergessen, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Auf meinem Kanal. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, wirklich auf den Kanal und nicht in die Videoübersicht oder sonst wohin, wenn ihr auf die Suche geht. Auf meinem Kanal oben ist die Projektübersicht. All meiner Projekte. Twitch, YouTube, alles. So, und da stehen Informationen zum aktuellen Stand von Stalker-Code of Pripyat. Und ich werde es jetzt entgegen meiner Grundeinstellung, dass ich euch lieber gucken lasse, weil man sich für seine Informationen anstrengen muss, werde ich es euch jetzt selber sagen. Es hat sich von euch jemand bereit dazu erklärt, einen Spielstand neu anzupassen, ca. 1 zu 1, wie ich das gespielt habe. Und mit dem werde ich weitermachen. Ich denke mal, sobald er fertig ist, kurz danach, ich glaube, der Weg hier war eine Scheißidee. Naja, wir gehen hier langsam runter. Das heißt, es wird bald mit so Nachtausflügen in Stalker-Code of Pripyat weitergehen. Wir wollen hier erstmal runter. Uuuh, au! Aua. Das tat weh. Gut. Aber wir haben es geschafft, weil wir cool sind. Der Fluss wirkt so irgendwie angeatomkraftwerkt. Ich weiß nicht, der leuchtet so ein bisschen grün. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Wobei die meisten Flüsse ja nicht klares Wasser haben. Entgegen der Vorstellung, dass alle Gewässer blau sind, kann es durchaus passieren, dass Badeseen auch mal gern grün sind. Das ist jetzt nicht wirklich appetitlich, aber naja. Apropos, wo wir gerade bei Farben sind. Vor meiner Haustür ist es derzeit so, dass dort, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der Glas oder so kaputt gegangen ist. Wirklich. Per Nacht, wenn leicht Licht drauf glitzert, der Weg vor meinem Haus ist total rot am Funkeln, als wenn er aus Rubin wäre. Es ist wirklich wahnsinnig, das immer zu sehen. Wie tief ist denn das hier? Nicht so tief, das sieht aber so tief aus. Ich mach mir noch ein Licht an. Ich glaub, ich seh da hinten auch einen Bären oder einen Stein. Ne, das ist ein Stein, oder? Oh, shit, das ist doch ein Bär. Hallo Bär. Ein Höhlenbär? Oh Mann. Feueratmen. So, erstmal draufknüppeln. Ja, ein Höhlenbär, der in der Nacht am Jagen ist. So, den hab ich zum Stackern gebracht. Das ist so geil, wenn man mit dem Schild die Gegner immer in ihrem Angriff unterbrechen kann. So. Dem hab ich's besorgt. Nämlich. Jetzt möchte ich einmal hier dafür sorgen, dass ich die Libellen einsammeln wollte. Das wollte ich nämlich ursprünglich machen, bis ich bemerkt hab, oh scheiße, da steht ein Drecksbär. Naja, so ist das manchmal. Ähm, wir sind schon ziemlich weit in den Fluss hinaufgelaufen. Ich sollte mal langsam zusehen, dass ich aus dem Fluss hinauskomme, Richtung Festland. Ich komm mir grad gar nicht klar, um ehrlich zu sein. Ich komm hier in dem Movement nicht klar. Ich geh mal ein bisschen in die Richtung weiter. Ich scheine hier nicht hochzukommen, da scheint irgendwas zu blockieren. Es geht zu steil nach oben oder sonstiges. Da hinten ist ein wunderschöner Himmel gerade. Ich geh mal hier noch ein bisschen weiter. Ach, das ist der Mond, der angeleuchtet wird. Okay. Ähm, das erklärt vielleicht, weswegen wir da nicht hochkommen. Hier ist ein riesiger Berg. Das Problem ist, es ist halt Nacht und man sieht es nicht wirklich. Ich werde mal ein wenig die Zeit vorspulen und hier warten. Ich denke, hier am Camp sollten wir, am Camp, an der Klippe sollten wir sicher sein. Das reicht. Noch mehr muss es nicht Tag werden. Also, kein Wunder, dass ich da nirgendwo hochgekommen bin. Die Frage ist, traue ich mich hier runter? Ich mach mal ein Quick Save. Ich weiß nicht, ob Wasser einen in Skyrim auffängt. Ja, tut es. Okay. Das ist, das ist nicht so wunderbar, aber das da ist wunderbar. Holy Shit! Sieht das atemberaubend aus. So, was haben wir denn hier? Das nehm ich gerne. Trollfett kann ich mir mitnehmen. Lavendel ebenfalls. Rislav, der Rechtschaffende. Das kennen wir schon. Das haben wir schon öfters gelesen. Ich will da rein. Ich komme da rein. Und wenn ich per Umweg da rein muss. Ah, du dreckst Baum. Du musst doch hier so mitten im Weg liegen. Und einfach auf das scheiß Haus drauf fallen. Der Typ tut mir richtig leid. So, besser. Die Dralle agonische Maid. Ich denke nicht, dass das interessant hört. Eine Angel. Ein Schrein von Dibella. Wir haben derzeit eh kein Segen. Das heißt, ich gehe mal auf den Schrein von Dibella. Dibella Segen. Plus 10 auf Redekunst. Das ist nicht schlecht. Nur, ob der sich mit dem Segen ein neues Haus erreden konnte, ist so eine andere Sache. Ich meine, man kann bei solchen Natursachen, konnte man damals zu seinem Lord oder zu seinem Königin, Sachen erbitten. Dass Leute einem geholfen haben, das aufzubauen. Das ist, glaube ich, nicht immer gut gegangen. Aber es gab so Möglichkeiten, sowas zu erbitten, dass einem da geholfen wird. Quasi wie heutzutage Versicherung. Nur halt wirklich Glück und Laune abhängig. Das jeweilige Königslord, Grafen, was weiß ich, was wir in Deutschland alles hatten. Feudalismus halt. Es gab einen König. Mehrere haben es verwaltet. Beziehungsweise die Landschaften von ihm verwaltet. Ich bin nicht so geschichtskundig. Ich kenne nur grobe Züge. Da bin ich ganz offen und ehrlich. So. Blaue Bergblume. Weiter, weiter. Wir sind hier. Waren wir schon mal hier in der Gegend? Holy shit, wie sieht das denn aus? Ich glaube, hier in der Gegend waren wir tatsächlich noch nicht. Nur Rattapinella kennen wir. Ne, hier waren wir noch nicht. Wir waren bis jetzt auf der südlichen Seite des Flusses. In Richtung Ahnenschimmerheiligtum. Aber das hier ist komplett neu. Das heißt, wir sehen uns mal hier um. Ist ja auch nicht allzu groß. Das heißt, wir können auch ein bisschen quatschen mit den Leuten. So, die Bergblume nehme ich gerne. Ein Bock, Bock steht da. Verschlossen. Ja, die werden tagsüber alle arbeiten. Da war auch schon wer. Ein Sägewerk. Hallo, Gülpfe. Da ist jemand ein wenig angepisst. Ja, aber es scheint ja hier ganz gut zu gehen, dass die arme Frau selber die Stämme hier rauf und dann da reinhiefen muss. Tut mir zwar leid, aber das Leben ist nicht immer das Fährste. Das Ding geht ja voll ab. Man kann tatsächlich Hühnereier sammeln. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt an meiner Tiermod liegt. Oder an einem Übersetzungsfehler. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die wirklich benutzen sollte. Chicken's Egg. Ich mach's mal lieber nicht. Ich find es allerdings jetzt auch nicht. Chicken's Egg. Oder ist es hier doch als Hühnerei? Ja doch, Hühnerei scheint es so zu geben. Okay. Ein Arbeiterhaus. Ich glaub nicht, dass wir da irgendwas Interessantes dann finden werden. Ich hoffe mal, weil... Man kann ja immer überrascht werden. Abrufüberraschung. Wir haben keinen Redcorn mehr. Die meisten wird's vielleicht wundern. Man darf sich hier frei bedienen. Ausdauertränke zum... Quasi Drogen bei der Arbeit. Das war wohl von den fünf guten Männern. Vielleicht sind die auch nicht abgehauen, sondern... Es ist irgendwas vorgefallen, weil das hier sieht so aus nach... Oh, scheiße, schnell weg. Ich seh mir das Ganze mal hier an. Und durchsuche auch mal ihr Haus. Vielleicht hat sie ja damit was zu tun. Ich mein, man soll nicht immer alles Blindlings glauben. Das haben wir schon bei der... Dame der Rotwadonen gelernt. Da haben wir anscheinend auch was verbockt. Wollen wir uns mal in ihr Haus schleichen? Was haltet ihr davon? Wir schleichen uns mal in ihr Haus. Ja, wir haben keinen Raid Girl mehr. Dafür gibt es jetzt einen Teamspeak-Server. Das Video davon ist auch schon online. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ich freue mich über jeden Nutzer, den wir auf dem Teamspeak haben. In der Zeit haben wir ca. durchschnittlich 20 bis 25 Leute da. Und es ist einfach schön, dass die Community wirklich so aktiv ist und sich beteiligt. Das erwärmt mir das Herz. Vor allem spielen auch davon, die helfen wir wiederum auf dem Minecraft-Server, der im Web erreichbar ist. Wir haben wirklich einen richtigen Server gehostet mit allerlei Plugins in so einem Käse. Und die Teamspeak-User dürfen halt ihn auch benutzen. Ich sollte ihre Truhen durchsuchen. Lektion im Bogen schießen. Kennen wir schon? Kennen wir schon. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Das ist eigentlich eine Dreistigkeit, dass wir eine arme Holzfällerin beklauen. Die ja eh schon vom Schicksal gebeutelt ist. Ich würde sagen, wir tun mal eine gute Tat. Anscheinend kann ich nicht auf mein Gold zugreifen. Oder? Gold, 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 Gold. Ne, ich habe keinen Zugriff auf mein Gold, wie es aussieht. Ich kann nicht direkt Gold ablegen. Truhe. Wollen wir mal eine gute Tat vollbringen? Sind wir nicht ein sehr, sehr freundlicher Mensch? Diese junge Dame hat nun ein kleines Geschenk von uns erhalten als Entschuldigung dafür, dass wir eine arme Frau beklauen wollten. Na gut, aber weiter auf die Suche nach Beweisung. Vielleicht muss ich ihr das Gold auch wieder wegnehmen. Das wissen wir noch nicht. Ja, ich weiß, dass ich mich im Haus einer fremden Person befinde, die gerade draußen am Arbeiten ist, Linia. Ich habe dein moralisch zweifelndes schon verstanden. Aber dafür, dass wir ihr auch Gold geschenkt haben, da dürfen wir hier ein bisschen Spaß haben. Das heißt, wir gehen jetzt wieder und machen uns wieder auf den Weg, weil hier scheint ja doch alles in Ordnung zu laufen. Sie hat anscheinend nicht 40, die 5 Leute umgebracht. Da hinten haben wir mal wieder einen Bären. Lassen wir den Bären erstmal machen. Oh yeah, frische Fälle für uns. Hallo Hüllenbär! Ich werde dich und deine Rasse auslöschen! Jetzt muss nur noch Lydia kommen, die auf ihn draufhaut, während ich ihn davon abhalte. Vernünftig hatte ich Knochenbrecher-Fieber. Holy shit! Okay, jetzt hauen wir drauf. Das war mir dann doch zu viel, dass er mich mit Krankheiten ankotzt. Ich sollte mich mal heilen. Er hat mir irgendwie gerade krassen Schaden gemacht. Ich habe ihn nicht ernst genommen, weil er davor nicht so krassen Schaden gemacht hat. So, jetzt aber draufhauen. Auf Wiedersehen! Glück, Spärchi! Gib mir dein Zeug. Ich sollte nicht mehr krank sein. Ich habe gerade mir einen Krankheitsstank genommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es wie ein Morrowind ist, dass es nicht nur Krankheiten, sondern auch Pest gibt. Wir schauen mal. Ich bin gerade ins Magie-Menü gegangen, aber das Spiel... Ne, es hat sich doch nicht aufgegangen. Ich habe gerade für einen Moment schon Angst gehabt. Ne, Knochenbrecher-Fieber ist nicht mehr vorhanden. Gut. Sehr gut sogar. So, wir haben ein wenig Energie verloren, aber es geht wieder aufwärts. Und, boah, wie krass das hier aussieht. Vor allem der Kontrast. Hier ist es halt noch schön. Und hier geht es halt rüber in dieses riesige Sumpfgebiet, welches einfach so trostlos wirkt. Drachenbaum. Den Baum sieht jetzt nicht aus, aber ich glaube, eine recht seltene Pflanze ist auf jeden Fall nur in dieser Region, meine ich, verfügbar. Genauso wie die Creep-Cluster hier. Die sind auch ebenfalls selten, aber ich glaube, die kann man nicht für so viel Positives verbrauchen. Apropos Positives, vielen Dank, Iron. Dein Tipp von wegen Sachen, wo ich gar keinen Effekt kenne. Vielleicht doch lieber erstmal essen, um den ersten Effekt zumindest freizuschalten. Skiver, ja? Holy shit. Ich wusste nicht, was du noch einen Kollegen hier hast. Skiver-Schwanz. Skiver-Schwanz. Hier sind überall diese Creep-Cluster. Haben wir eine Menge von jetzt. Blaue Bergblumen nehme ich immer gerne. Ihr wisst ja, heilende Effekte. Ich wünsche, die könnte ich selber zu Hause anpflanzen. So gut finde ich die. So, wo müssen wir denn lang? Wir müssen jetzt gleich nur noch zu dieser Brücke hier. Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Brücke. Das heißt, wir bewegen uns mal. Bewegen den Marker mal. Entfernen. Und neu. Okay, ich konnte aus irgendeinem Grund den Marker nicht aufs Wasser legen. Da war das Spiel dann verbackt. Keine Ahnung. Na gut, dann müssen wir wohl oder übel weitergehen. Die Kammern. Das sind Jazz-Buy-Bären? Ich habe diese kleinen Büsche die ganze Zeit übersehen, weil ich dachte, das wäre einfach nur so Zierde wie die Teile hier. Okay, ich werde jetzt nicht den Weg nochmal zurücklaufen, aber jetzt die Teile jedes Mal aufheben. Man lernt nie aus. Gut. Eine Menge Jazz-Buy-Bären gefunden. Die geben richtig krass Frostresistenz, meine ich. Ich höre Stimmen. Weiter. Wir haben jetzt Soldaten der Sturmmäntel. Aber jetzt muss man wissen, dass wir auch gerade im Reich der Sturmmäntel sind. Ich will mir nicht von irgendeinem Elfen-Schnösel sagen lassen. Was ist das vielleicht? Hast du das? Komm her, du. Du Sau. Ich glaube, das war das. Na ja, ähm, ja, wir sind hier in der Nähe des Hauptquartiers der Sturmmäntel der Rebellion. Und zwar in Winter... Winterfell? Nein. Oder? Windhelm. In Windhelm. Ich war gerade irgendwie bei Winterfest. Ich gucke in letzter Zeit, wie gesagt, Game of Thrones und deswegen bringe ich da so ein bisschen Namen durcheinander, denn ich finde, so allgemein das Universum von Game of Thrones und Skyrim liegt auf jeden Fall von den Städten ein wenig aneinander, finde ich. So, die sind hinüber. Wolfspelze. Ich glaube, ich habe die Ziegen gar nicht versucht, die ich ja versuchen wollte. Da war ein Jäger, oder? Sie können es auch... Ja, sie war es. Okay. Selber vorsichtig. So, wir sind jetzt gleich an der Brücke. Auf jeden Fall soll... Ja, da ist die Brücke. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall sollte hier eine Brücke sein. Von da aus müssen wir dann nochmal gehen Süden und sind dann bei dem Dorf, wo wir hin sollten, nach Weishain. Kann das sein? Weishain? Kineshain. Okay, das heißt, wir können unsere Markierung entfernen. Nach Kineshain sollten wir jetzt sogar ohne Wegmarker finden. So, das ist Winterhelm. Den Wegpunkt hole ich mir mal. Obwohl, Stelle von Winterhelm reicht eigentlich. Ja, wir werden bestimmt noch nach Winterhelm müssen, aber dann müssen wir zum Beispiel, wenn wir von Weißlauf aus kommen, nicht mehr den Weg laufen. Dann haben wir den Wegpunkt. Wir werden auch nicht immer die Wegpunkte benutzen. Wenn wir halt Sachen hin und her tragen müssen, dann würde ich sagen, machen wir es zu Fuß und generell... Nur wenn wir exakt die gleichen Wege nochmal laufen müssen, würde ich sagen, dass wir dann Schnee-Reise benutzen. Komme ich da lang? Nein, ich soll aber auch hier lang. Okay. Oh, der Schnee kommt mir entgegen. Erz? Ne, das war einfach nur hellere Erde. Schneebären. Die möchte ich auf jeden Fall mal mit, ähm, anderen Bären zusammenmischen. Wie heißen sie? Mit Jazzby-Bären. Und mit Disteln. Ich glaube, das wäre eine wunderbare Mischung. Hallo Hütchen. Hallo Drache. Nein, da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache! Er greift an! Ein Drache? Wo ist dieser Drache? Junge Dame. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Okay, Hydra. Ne, sie ist Hydra. Ich weiß es nicht. Erinnert halt an den Pro-SC2-Spieler Hydra, den ich selber nicht wirklich mag, aber... War für mich gerade einmal Hydra die Frau. Gut, wir eilen hoch. Sollten nicht zu sehr eilen. Wir brauchen die Ausdauer für den Kampf. Da oben ist ein Drache am Werk. Ich glaube, auf einem Drachengrab. An einem Drachengrab. Was macht er da? Das ist das Drachengrab. Von wo? Hallo? Holy shit. Holy shit. Da ist jetzt ein Drache rausgebuddelt. Ich weiß nicht, das ist das Drache. Du hast sie nicht getroffen. Ich bin ein Drache. Ich bin ein Drache. Ich bin ein Drache. Das ist ein Schwanzeimer. Der hat uns gerade mit seinem Schwanz einmal geschlagen. Ich kann auch gerade keinen Drachenschrei benutzen. Ich weiß nicht, habe ich zu wenig Ausdauer? Braucht man dafür eine bestimmte Anzahl Ausdauer? Ich weiß es nicht. Anscheinend. So, wir hauen einfach drauf. Sie hilft uns, Lydia hilft uns. Wir sind zu dritt. Und er spricht auch meine Sprache. So, komm du nur her. Ja, mit deinem lächerlichen Feueratem wirst du nämlich nicht viel anhaben können. Denn ich kenne die Tränke der Feuerresistenz. Wo sind sie denn? Dennoch tut das ziemlich weh. Das muss ich dir zugestehen. Wir nehmen den mal. Ich weiß nicht, wie lange der Trank noch dauern wird. Auf Gesundheit regenerieren nehmen wir mal. Wir haben nicht mehr viele Heiltränke. Komm runter, du Sau. Ich will mit dir Mann gegen Drache kämpfen. Bleib mir bloß fern, du Sau. Komm schon. Wir müssen uns definitiv wieder einen neuen Bogen besorgen. So geht das nicht. Er ist auf uns gelandet. Wir wechseln nochmal auf die Raserei. Einfach draufhauen. Wir sind zu dritt. Er kann eigentlich nicht lange überleben. Ich glaube, das war es mit ihm jetzt auch. Komm schon. Das war der Drache Saloknir. Okay, Delphin ist, glaube ich, gerade beeindruckt. Wir sind gerade mal so frei und nehmen uns was unseres ist, bevor sie auf, holy shit, auf dumme Gedanken kommt. Das Problem ist, wir haben, glaube ich, schon Handschuhe der Alchemie. Das heißt aber, wir können uns schon mal den Effekt von den alten Handschuhen runterholen. Oder von den neuen, welche sind besser? Lederhandschuhe 15%. Alchemie, Alchemie. Ja, 15%. Ebenfalls 15%. Das heißt, wir können uns den Effekt schon mal sichern. Es stimmt, nicht wahr? Ihr seid wirklich ein Drachenblut. In der Tat. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Oh ja. Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Was wisst ihr über die Rückkehr der Drachen? Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden.